ja hallo und schön dass ihr auch heute wieder dabei seid bei der ausgabe von let's play destiny 2 ja ihr seht hier heute einen neuen charakter den ich euch noch nicht gezeigt habe das letzte mal ich euch nämlich meinen jäger gezeigt und ich habe irgendwie so ein bisschen geschmack an dem titan hier gefunden das ist nämlich mein kleiner freund hier hat ein paar coole fähigkeiten und in dem fall nämlich den stürmer aber denkt ja was will uns jetzt zeigen denn ihr seht hier ist noch was ausgegraut der geschmolzener hammer das ist meine dritte stands oder meine dritte fähigkeit wie man auch immer sagen will und die will ich mir holen ihr seht der char ist noch nicht so wirklich ganz final hier sind noch so blaue schuhe ansonsten da geht noch ein bisschen was nach oben ich habe hier die waffen von meinem ehemaligen main also von meinem jäger übergezogen und macht ihn jetzt zu meinem aktuellen oberheini und jetzt will ich aber natürlich endlich den char so gesehen final haben und dafür muss ich einfach noch mal zum erde und dann geht es hier zum bruchstück des reisenden weil da kann ich dann eine neue ultimate holen ist irgendwas so eine range attacke mit irgendwelchen hammer werfen oder so muss ich mal gucken weiß ich selber nicht ganz genau auf jeden fall ist der titan für mich ja so ein bisschen runder als der jäger ich glaube jeder hat in destiny 2 so seinen eigenen geschmack der jäger ist hat so wir die ultimate sind nicht schlecht und so aber dieses ausweichen von der fähigkeit kicken ich nicht so die granaten sind auch ganz cool aber naja irgendwie soll ich so final und da ist der titan zum beispiel der kann mit einem schlag seine munition auffüllen der kann seine helft bar wieder auffüllen er kann zum beispiel noch so ein schild sich machen der ist einfach cooler für mich will ich hier jetzt will jetzt hier keinen dissen und sagen hier der titan ist jetzt der der shit aber für mich ist der schon sehr 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 cool was ich eben auch bei destiny geil findet dass man wirklich einfach die waffen die man mit einem anderen scharf findet auf den nächsten übernehmen kann das ist jetzt auch unbedingt immer bei jedem spiel laufe ich eigentlich ein tschu tschu ein sparrow wollte ich natürlich sagen und jetzt geht es hier dann da wieder rein immer noch groß und gruselig lust auf eine märchenstunde ja ich mag gruselige märchen märchen wagt weiß ich jetzt nicht aber den anderen kann man ja eh nicht aufhalten davon sie sind durch einen eid gebunden und leben aber nicht ich will eigentlich nur wissen wie die fällt ich habe mich mit dem char so gesehen wirklich nicht weiter beschäftigt dass ich weiß wie die fähigkeit ich habe es einmal glaube ich im pvp gesehen aber ich habe es selber noch nie gehabt hier die waffe ist echt geil eine minigun wie man sie also die geht schon ganz gut ab also das nachladen selber kann man sich eigentlich erst mal getrost sparen und wenn es mal grenzlig wird dann holt man sicher diese fertigkeit hier zacken schild erwartet bis man wieder geht aufgeladen ist und weiter geht's so item ihr seht captain captain mein captain no problem also die waffe ist hammer so hat man es gleich geschafft dann kriegt man gleich hier seine ultimate seine neue und dann geht es richtig ab noch eine projektion also waffentechnisch gefällt mir der mittlerweile sehr sehr gut wer von euch das denn ihr da draußen spielt da wird es mich interessieren was habt ihr denn so für fertigkeiten beziehungsweise welche chance nimmt ihr denn so also da könnt ihr mir gern mal eure erfahrungen so widerspiegeln da ist das bruchstück das war das ich weiß nicht wo jetzt hast du mal auf und so also waren auf mich zu schießen wenn man ganz schön dicker schuss auch die maschinen pistole geht gut ab also ich glaube langsam weiß man warum ich die waffe ganz gut finde ja die kann so ein bisschen was und jetzt geht es zum reisenden und jetzt kriege ich meine neue ultimate ich bin schon sehr gespannt wir sind jetzt wir werden wir mutieren jetzt zum hammer werfer wir haben machen der war vielleicht ein bisschen schlechter war ihr wisst was ich meine sonnenbezwinger zeig den besessenen was du gelernt hast okay wir haben jetzt einfach einen hammer den wir werfen können also man kann uns jetzt auch tor nennen also wer schon immer mal tor sein wollte der kann es hier in dem spiel jetzt sein total lustig weil auch klar jeder char braucht auch so eine range attacke als ultimate weil es gibt im content viele sachen die eben erfordert dass man eben aus der distanz schießt und so auch beim getanen weil bisher da eigentlich so er hat eigentlich eigentlich bis der ciao unfassbar inspiriert von marvel denn er hat so eine fertigkeit da ist er wie captain america hat nämlich ein schild und mit dem geht er dann an die front und die andere sind so donnerfäuste die könnte man vielleicht so ein bisschen nach halt auf behalt beziehen und hier haben wir jetzt tor also wer auf marvel filme steht da sollte sich vielleicht den schar anschauen denn da könnt ihr richtig viel spaß mit haben aber natürlich man merkt auch dass das jetzt nicht seine haupt also dass er jetzt nicht unbedingt der allerbeste fernkämpfer ist der auf gottes erden wandelt also also das ist wahnsinnig also ich bin gleich staunen kann selbst ein bisschen wie sehr sie sich davon marvel in anführungszeichen haben inspirieren lassen habe ich so auch noch nicht irgendwo wahrgenommen aber gut wenn der nette homage es macht einfach mal spannende seine ultimate so ein bisschen spammeln zu können da fühlt sich schon man fühlt sich schon mächtig aber der schaden verhältnis ist gar nicht so dicke wie man es vielleicht von anderen ultimates kennt muss man sagen also das ist wirklich eher so ja jetzt hast du auch hier eine bärenkampfattacke und jetzt sei einfach leise und zufrieden so gibt mir hier schnell das bäumchen zack und das war's so und dann war es das nämlich auch schon von der neuen fertigkeit will ich aber eine sache noch zeigen da gehen wir aber mal in orbit zurück beziehungsweise ich warte mal schnell bis die missionen offiziell beendet ist es gibt dafür noch ein paar xp okay was passiert so genau hierhin wollte ich aber weil es haben wir hier auch eine ausrüstung freig ist es gibt drei fertigkeiten sentinel stürmer und jetzt auch sonnenbezwinger und in dieser fertigkeit könnte ich immer sozusagen für zwei wege entscheiden ich glaube ich mal er den firma ich glaube da habe ich auch noch nicht heißt und hat hier einen weg und man kann hier oben auch da bis eingeschaltet noch einen anderen weg gehen heißt da gibt es immer noch so ein paar andere fertigkeiten was man damit einher geht und was man damit kann und so ist es halt und man kann auch hier noch mal die sprünge in fertigkeiten auch noch verändern auch die granaten also da ist jeder char hat sozusagen drei killtrees mit noch mal innerhalb davon drei unterschiedlichen oder in summe sechs fertigkeiten also man hat schon ein paar char möglichkeiten wie hier einem an die hand gegeben werden finde ich sehr spannend und ich bin sehr gespannt und hoffe dass ich euch bald den ersten raid zeigen kann und ein bisschen mehr content werde ich auf jeden fall euch noch von destiny zeigen ja wenn ihr dazu auch noch was zu sagen habt dann sagt es gerne ich bin sehr gespannt auf eure destiny erfahrung bis dahin wünsche ich ebenfalls alles gute viel ludlack euer eike ramba